Warum seid ihr eigentlich rechts von mir? Weil wir alle nach rechts gelaufen sind. Weil rechts eine tolle Richtung ist, weißt du? Willst du ein Herz oder willst du kein Herz? Er hat schon eins, zwei Geld bekommen. Ich hab noch eins. Ich schenke dir mein Herz. Ich hab immer noch 100 Life. Ja, das musst du vielleicht konsumieren, du Trottel. Ich hab ihn gerade gar nicht gesehen. Der ist gerade im ersten Mal im Tag gewesen. Vor dem Reconnect hatte ich das gar nicht. So. Oh mein Gott, Leute. Ja, was? Ich weiß das jetzt eben gleich, so. Ich weiß das jetzt eben gleich, so. Ja. I'm on shrooms. Also ich bin tot. Von mir aus kann man schon. Ah nein, 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 die Korruption. Fuck. Warum sind die Slams die Lieder? Einfach. Oh, das ist so warm draußen. Es ist warm draußen? Es sieht zumindest warm aus, es ist aber draußen ein Grad. Ja, es ist draußen ein Grad. Es ist übelstürmisch bei uns gewesen, Alter. Bei uns war es gestern übelstürmisch. Das wird dann schon die ganzen Bäume zerrapt. Nicht so schön. Sehr vergewaltigt, genau. Ja. Spiel, warum wächst es zu dem Hintergrund auf Wüste, obwohl ich noch... Ah. Musst du nicht, das Wort auf Wüste genannt wird? Korruption. Warum? Dieses Spiel hat es nicht mit der Logik, das ist unglaublich. Und Winterübersetzung auch nicht. Was ist, Marc? Wann bist du durch die Korruption gerannt? Stirb. Weil ich es kann, weil ich auf der Suche nach Meteorit bin. Wenn du vor uns da suchst, ich hatte gerade einen. Wir reden von Meteoriten. Ach so, Meteorit, ja. Hm. Ich suche nach dem Metroid. Oh, ich habe Schnee entdeckt. In der Korruption. Alter, kann das Zeuge der Korruption irgendwie nicht abbauen. Du meinst den Stein? Ja. Das kann man nicht abbauen. Doch, später. Ja, mit den Spitzlacken, die Seele und ich haben, geht das? Hast du keines gegeben? Warum habe ich also die legendäre goldene Spitzsacke gekriegt? Ich wusste doch, dass da ein Haken dran ist. Ich muss doch immer nur verarschen. Ja, klar. Den ganzen lieben langen Tag, Buck. Lieben langen Tag. Warum redet ihr mir jetzt? Warum sind eure scheiß Spitzsacken hier rausgekommen? Eine Frage, Leute, warum redet ihr mir hinterher? Ich renne dich hinterher. Ich helfe dir. Ach so, sieh, die andere Seite. Korrupte Vieh. Also, sieh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auf meiner Seite, äh, der Dings ist, wie heißt das? Der Empty. Ja, das Haus des alten Mannes. Weil du gerade tot bist? Nein, weil ich den Dschungel noch nicht gefunden habe. Und es ist so, dass das Haus und der Dschungel auf den gegensetzten Seiten sind. Ich glaube, den Dschungel habe ich auch noch nicht gefunden. So, aber Marc, versuchst du mir eigentlich hinterher zu kommen? Ja. Merke ich irgendwie nichts von. Ist das so schnell? Ja, weil ich mich hier in der Korruption aufbringe. Marc, du hast dich bis gerade eben von mir entfernt. Ja, weil ich ein Stück nach links gelaufen bin wieder. Ah, ich werde verprügelt. Verpisst euch, korrupte Viecher. Ja, immer diese Leute, die bestochen werden. Ja, diese Viecher sind auch ordentlich bestochen worden. Von Phil. Ja. Das Leid. Diese Agony. Oh, ich habe den Dschungel gefunden. Schön. Schön, schön. Uh, hallo Carly. Dass die Krankenschwester einfach Carly heißt. Das ist so schlechter Pornomäßig. Ohne. Im Ernst jetzt. Ich töte meinen ersten Fisch und krieg gleich eines der seltensten Items im Spiel. Philipp. Ja. Seriously? Are you serial? Ja, ich bin, ich bin Serialien. Todes... Ui... Was? Ja. Nicht rauchen, dann stirbst du. Alter. Alter, warum habe ich einen Interpit Obsidian Skull? Keine Ahnung. Eine Frage, Marc. Hast du dich mit dem Hammer verteidigt? Nicht dran gedacht. Ich wollte nämlich alle schön mit dem, äh, ich wollte nämlich einen auf Crocodile Hunter machen und die alle mit dem, ähm, übergroßen Wurfboomerang-Gedöns hier umbringen. Weil Steve Irwin toll war. Ich hab'n Tempel gefunden. Und in die andere Richtung laufen. On to Adventure. Weil du zu dem Tempel der alten Sachsen willst, oder wie? Und den Tempel hatten wir auch schon mal gesehen. Echt? Jo. Hier sind extra solche, ähm, Treppen gebaut aus Steinen, was man hochkommt. Wie war das noch, Philipp, mit dem Tempel, äh, nicht Tempel, mit diesem komischen... ...Gedönster in Minecraft? Was ist das? Das sieht so komisch aus. Ich hör'n Monster. Ich hab' Angst. Ich will da nicht reingehen. So ein bisschen später mit dem Diamantschwert reingerannt. Daaaah, alles umgebracht. Hm. Ja. Ehh, eh, eh, langweilig. Ey, Marc, ich hab' dir bei Deutschlandkurier gekauft. Musst' das auch mal wieder runterladen. Ich will aber kein 2,2 Gigabyte-Update machen und ich weiß gar nicht mehr, wieviel Online-Volumen ich über... Da, stirb! Mann, dann... Dann fahr' zu Luca und leide seine externe Festplatte aus. Das könnte ich auch machen. Der hat das Update drunter gemacht. Der hat das Update drunter gemacht. Aber, aber, ich mach das einfach, ähm... Oder, aber ich warte einfach bis zum ersten Tag des, äh, nächsten Monats, und das wär' der 1. April. Und lade's mir dann runter. Ja, dann troll sich Steam. So wie bei Planetzeit damals. Ja. Das kannst... Äh, da, da kannst du eigentlich auch mal das Update drunterladen. Weißt, wie lange das bei mir dauert mit ihrem scheiß Planetzeit Launcher? Wie lange? Eine Arschlange? Wie lange ist ein Arschlange? Wie lange ist ein Arschlange? Also... You can't go across it. You shall not cross. Wie war's mit dem Klo? You shall not piss. Was? Da war, ähm, ein Klohäuschen und draußen auf der Tür klebte Out of Order. Und wenn wir reingingen, klebte direkt auf dem ersten, ähm, auf dem Spülkasten, klebte ein Bild von Gandalf. You shall not piss. God! Ach ja, ich muss mich wieder umbringen. Ich bin wieder ein paar Meter zu weit gelaufen. DA genie. Blauer Slime. Blububub. War auch doof, dass man immer mit so viel Schleim zu tun hat, ne? Tja. Ich dachte, wir sind Abenteurer und nicht die Ghostbusters. Da hat jemand einen Freund am Stern. Ich wollte gerade diesen USB-Stick in den Mund stecken. Fass! Schokolade! Der Bloodman. Echt, wirklich. Jetzt wird's los. Habe ich ehrlich dieses Stück Schokolade genau in der Mitte durchgebrochen? Ah, Heifisch! 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 Du bist also im Meer. Das heißt, der Meteorit ist auf meiner Seite gelandet. Jo. Ziemlich sicher. Hallo Moonglow. Alter, hier kommt gerade so ne Zombie-Horde angederbt. Ich frag mich warum. Blutmond. Das war eine Sekunde zu früh. Ähm. Ah, servus. Servus, Typ. Ich hab nie zu viele Augen. Sterb doch einfach, Olli, Mann. Au. Carly! Carly hat Schaden genommen. Weck dich, Auge. Hm, Linse. Schön, lecker. Jetzt gibt's wieder Linsensuppe. Linsensuppe ist eigentlich übelgeil. Was hat das viel? Eiweiß, oder was? War das schon wieder? Hm. Ah, ja. Was hab ich gekriegt? Hast du den gut, oder was? Nein. Kein Hup, glaub ich. Ist der immer noch nicht am Meer? Nein! Diese Zombie denken sich gerade, you shall not pass. Ich hab einen Rash Shackle gekriegt. Ah, Shackles. Ja. Geben die extra Verteidigung. Und noch irgendeinen Bonus-Effekt. Meistens. YOLO. Och, Mann. Zombies. Verpisst euch. Begreifen sie sich an der Nurs. Ey, das erinnert mich an. Heißgeluft hat der Wolf nie gesehen habe. Ach, egal. Die Verkackten Zombies habe mich gerade echt ins Wasser geschmissen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein. Nein. Ich glaub, da stirbt bald jemand. Ich bin nicht bad. Ach du aus dem Jungle. Ja. Oh, Gott. Hi. Meine Fresse. Gut. Äh, geht es jetzt mit den Lags mittlerweile, oder? Das ist bei mir schon. Weil ihr auch mag? Jo. Angry Shackle. Nein, nicht Angry Bird, Angry Shackle. Wie war das mit dem zugekackten Auto? Angry Birds. Hey, der Hut hat einen Zylinder. Äh, genau, der Hut. Der Hut hat einen Zylinder. Zombie mit Zylinder. Ja, dann hast du so einen coolen Hut wie ich. Crocodile Hunter. Schmeiß ihm Scheiß ins Gesicht. Marc, schau dir, was ich gefunden habe. Guck in mein Haar. Nächsten. Scheint etwas Interessantes gefunden zu haben. Ja, ne Pluge. Good day, sir. I said good day, sir. Lüge dir ehrlich einen Totenkopf rum? Das ist ne Sentry, Marc. Oh. Sobald wir Kabel haben, kann ich damit ne Schießfalle bauen, die alle Feinde tristet, die da rüber laufen. Ich weiß, was ne Sentry ist. Und wir auch, wenn wir drüber laufen. Haha, ist doch nicht schön. Ja. Es ist schön, dass sie dann auch sterben. Ah, ich... Ich geh mal hier die Tür verteidigen, ne? Hallo. Alter schlagen. I said good day, sir. Ich stecke in der Tür, Marc. Bei mir nicht. Oh mein Gott, ist das dumm. I said good day, sir. Oh shit. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Geh raus. Ich bin schlau. Oh shit. Ich bin tot. Das ist nicht mein Problem. Giganto Hammer. Ja. Holy shit. Ich lebe noch. Mit fünf Leben. Circa. Ah, jetzt. Wie ein Grab langsam runterfällt. Vielleicht nicht so schlau, wie Plotmode in Croptick zu gehen. Ich könnte sagen. Jetzt erleben wir deine bessere Hälfte. Ach, 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 ach. Will, kriegst du das die Oberfläche? Das kommt jetzt nicht so gut, weil ich nicht direkt neben euch stehe und kann jetzt auch nicht so ne Sonnenbrille aufsetzen, weißt du? So, so wie damals, als dieser eine vor den Zug gefallen ist. Looks like, she had a train to catch. Nee. Okay. Wait. Wir wollen den Finger, uczę und Vielen Dank.